Es wird noch gesucht. Backel, erzähl doch mal einen Witz. Das will hier keiner. Aber ich kann euch noch ein bisschen was anderes erzählen. Was ihr noch nicht wisst. Wir hatten eine ganz tolle Fahrt hierher. Richtig, Staub. Wir sind in Deutschland, es gibt Staubs, Baustehen. Weiß nicht, wie das bei euch hier unten ist. Bei uns in Kiel ist im Grunde genommen gerade alles. Vor der Baustehen, selbst die normalerweise 10 Minuten dauern, dauern jetzt 45 Minuten. Guck mal, jetzt müsste ich mich nicht mehr lange ertragen, hoffe ich. Nein. Genau, ansonsten. Oh, nee, das lasse ich lieber. Solltet ihr doch dieser kleineren Umstände uns nicht ganz so schlecht gefunden haben, Also wir sind auch auf Facebook und Instagram vertreten. Ihr sucht uns gerne. Genau, das muss ein leichter. Also Jungs und Mädels, ihr wisst ja nur, die Harten kommen in den Garten. Die wird jetzt mit einer kaputten Snare weiterspielen. Scheiß drauf, würde ich sagen. Laut ist laut.